Was wissen Sie eigentlich über Ihren Glauben? Was sind denn die Grundlagen des christlichen Glaubens? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der sogenannte Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs ist ein Glaubenskurs und will eben genau diesen Fragen auf den Grund gehen. Woran glauben wir denn eigentlich? Und wir fragen den Studentenpfarrer Andreas Erndl, was ist der Alpha-Kurs? Grüß Gott, Herr Erndl. Grüß Gott, Herr Gerdl. Herr Erndl, was ist der Alpha-Kurs? Der Alpha-Kurs ist einer der bekanntesten Glaubenskurse weltweit. Er wurde in England in der anglikanischen Kirche entwickelt und mittlerweile haben schon so 30 Millionen Menschen an dem Kurs teilgenommen. Und das ist ein Glaubenskurs, wo man versucht, auch gerade für Erwachsene den Glauben verständlich zu machen. Alpha gibt es mittlerweile auch für Jugendliche, für Menschen im Gefängnis, für Ehepaare, auch für Erziehung. Sie haben gerade gesagt, den Glauben verständlich machen, gerade für Erwachsene, aber auch für Kinder, Jugendliche im Gefängnis. Wie macht man das verständlich? Was ist das Besondere an Alpha? Ja, Alpha befasst sich mit den Grundthesen oder Thematiken des christlichen Glaubens. Also wer ist Jesus? Warum ist er für uns gestorben? Wie kann ich beten? Wie kann ich, wie führt mich Gott? Was bedeutet die Kirche? Und das wird also in Vorträgen vermittelt. Aber Alpha ist immer auch Gemeinschaft. Man beginnt mit einem Abendessen. Die Gastfreundschaft wird hier sehr hochgeschrieben. Und danach ist dann der Austausch in Kleingruppen, wo jeder auch nochmal selber auch zu Wort kommt und seine eigene Meinung auch einfließen lassen kann. Also kein trockener Vortrag. Und man sitzt jetzt drin, hört zu, lässt sich berieseln, sondern tatsächlich Gespräch, Abendessen, Gemeinschaft. Also eine ganz neue Form der Glaubensvermittlung, die auch im Bistum Passau funktionieren kann? Ja, ich würde sagen, eine ganz moderne Form, einen Glauben zu vermitteln. Typisch beim Alpha-Kurs ist auch der Alpha-Witz, der die Atmosphäre auch so auflockert. Und gerade bei uns im Bistum werden jetzt auch neue Wege des Glaubens auch beschritten durch unseren Bischof angestoßen, der eine Kommission für Neuevangelisation gegründet hat und hier uns auch den Alpha-Kurs nochmal vorgestellt hat. Und wir versuchen einfach sowas auch hier in Passau zu etablieren. Ich habe gelesen, es gibt jetzt einen Trainingstag für Gastgeber für den Alpha-Kurs. Können Sie das vielleicht noch kurz erklären? Was ist es? Wo gibt es es? Wo kann man sich anmelden? Ja, so ein Trainingstag, der wird an verschiedenen Orten in Deutschland durchgeführt und jetzt erstmals auch bei uns im Passau. Und der ist für all die gedacht, die Interesse haben an diesem Kurs, den einfach dann mal die Konzepte einfach kennenlernen wollen. Also für Haupt- und Ehrenamtliche, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in anderen christlichen Kirchen eine einmalige Gelegenheit, einfach das Konzept kennenzulernen. Gab es im Bistum Passau schon mal Kurse oder gibt es jetzt Anlässe, warum dieser Trainingstag gerade jetzt stattfindet im Bistum Passau? Ja, es hat schon ein paar Alpha-Kurse in Altöttingen gegeben und jetzt ganz aktuell planen wir einen Alpha-Kurs an der Universität Passau. Der beginnt Ende Oktober, ist immer mittwochs. Und dazu möchte ich auch die Studenten einfach schulen. Dann in diesem Sinne, wenn Sie Student sind oder älter, wenn Sie sich für den Alpha-Kurs interessieren, kommen Sie zum Trainingstag oder zum Studenten-Alpha. Sie sind herzlich eingeladen und ich sage danke fürs Gespräch.